Hallo, also ich bin der Thomas aus der Familie Patzlaff. Unsere Zielrichtung, oder erst mal im Moment meine, bin ich alleine da, die Andrea ist auch da, Zielrichtung dieser kleinen Doku ist es heute, eine Doku zu kommentieren, die über uns unter anderem gedreht worden ist. Die nannte sich Der Staat bin ich, oder Untertitel. Heute ging es ja darum, warum sich Menschen von der Bundesrepublik abwenden, oder vom Staat abwenden, also den Neugriff auf dem Schirm, eine Produktion von dem Clemens Ria, der uns da mal eines Tages aufsuchte und so erzählte, dass er dabei ist, eine Doku zu machen, warum sich Menschen von der Bundesrepublik abwenden, oder vom Staat allgemein, und hat ja erzählt, wie inzwischen alle die Filme kamen und so weiter, und hat gefragt, ob wir dazu auch gerne was beitragen wollen, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir gerne. Er hat sie doch so angestellt, als wenn er der Sache gegenüber recht interessiert ist, und recht objektiv darüber berichten wollte. Daraufhin habe ich mir einige Dokus, oder einige Produktionen von seiner Firma angeguckt, weil er ja ein Familienbetrieb ist, und fand eigentlich das ganz süß, sowohl drehtechnisch, wie auch vom Inhalt, und war deswegen ein bisschen überrascht, wie es dann letztendlich in der Praxis rüberkam. Die Absprachen, die wir im Vorfeld getroffen haben, wurden also nicht so ganz eingehalten, muss man dazu sagen, weil ursprünglich sind ja, wir werden rechtzeitig, bevor die Doku gesendet wird, informiert, wann und wie und wo, und ursprünglich diese Doku kriegen im Vorfeld eine DVD, wo die Produktion drauf ist, dass wir uns jetzt nochmal angucken können, ist leider nicht eingehalten worden. Wir haben also erst eine halbe Stunde vor Sendung der Doku eine E-Mail gekriegt, die natürlich erst viel zu spät angekommen ist, sodass sich also durch den Nachbarn, der wild vorm Fenster herum gestrikulierte, darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass die Doku schon läuft. Dann haben wir uns die Doku natürlich erstmal runtergezogen und begutachtet und mussten feststellen, dass es wohl nicht ganz so an dem war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also die Doku hatte ja den Inhalt, warum sich Menschen abwenden vom Staat oder von der Bundesrepublik. Und wenn ich mir jetzt genau angucke, ich habe mir das ein paar Mal durchgeschaut, dann finde ich, ist das Thema doch in weiten Teilen verfehlt. Und die ganze Sache stellt sich mehr oder weniger als Propagandakonzeption dar. So eine Marke Schwarzer Kanal, vielleicht nicht ganz so platt und so plump, aber ein bisschen diffizierter ausgearbeitet mit sehr vielen suggestiven Botschaften. Aber die Frage, die eigentliche Kernfrage, die ja der Untertitel der Dokumentation war, wurde ja nicht wirklich aufgegriffen. Wurden nur suggestive Fragmente aus den Interviews herausgeschnitten, der beteiligten Menschen, die da mit interviewt worden sind und die als Beispiel in dieser Doku verhagestügelt worden sind. Und es ist natürlich nicht ganz so einfach zu beschreiben, weil wir haben also durchaus auch bei uns in unserer Einigung deutscher Souveräne, die da also definitiv rausgeschnitten worden sind, jeder hat seine eigene Wahrnehmung gehabt. Das heißt, der eine fand das durchaus noch in Ordnung, der andere fand das nicht so in Ordnung. Und auf dem ersten Eindruck ging es mir auch so, dass ich dachte, eigentlich ja nicht mal so schlecht, hätte schlimmer sein können. Und erst beim zweiten und dritten Mal habe ich dann so die ganzen Feinheiten so Stück für Stück rausgewühlt, wo falsch geschnitten worden ist, wo Begrifflichkeiten, Aussagen aus dem Zusammenhang geritten worden sind und wo Suggestivbotschaften rübergekommen sind. Also so ein ganz triviales Beispiel für Suggestivbotschaften, wenn es denn hier heißt, gleich mehrere Webseiten betreibte Langzeitarbeitslose, also höchste Art, da kann man eine Sache nicht formulieren, als wenn die Motivation meines Tuns oder des Tuns unserer Gruppe ja eigentlich nur zeittotschlagend ist. Und Arbeitslose, naja, die sind halt soziale Hängematte und werden dann halt schon alleine durch die Bezeichnung in eine bestimmte Kategorie im Unterbewusstsein das Gleiche setzt, sodass es eine suggestive Botschaft ist, die man eigentlich nur als böswillig interpretieren kann, weil er weckt da den Eindruck, dass es hier darum geht, irgendwie Zeit tot zu schlagen, sich effektiv zu rechtfertigen für seine intensivisten Arbeitslosigkeit, ohne zu hinterleuchten. Also ein Schlagwort dieser Art in den Raum zu stellen, bei einer Doku, wo es eigentlich um grundlegende Fragen geht, ist also völlig daneben. Und wenn ich überlege, wir haben ja eine ziemlich lange Interviewphase gehabt, also die waren ja einen einzelnen Tag bei uns oder fast den ganzen Tag und haben gedreht, da ging es also auch um substanierte Fragen und die substanierten Fragen haben auch substanierte Antworten gekriegt und davon ist eigentlich nichts für die Urschi geblieben. Unterm Strich waren ein paar Phrasen, die wunderbar in das Bild, in das gezielte Bild passten. Die Reichsbewegung sollte ja mal wieder ein bisschen propagiert werden, so wie das aussieht. Das war ja wohl das Kernthema dieser Doku, entgegen dem Titel und dem Untertitel. Und diese Fragmente wurden natürlich obersten zusammengerissen, dann dargestellt, so als wenn wir in die Reichsbewegung gehören würden. Was aber so überhaupt nicht stimmt, weil ich bin zwar die Reichsbewegung auch durchlaufen, also ein Bild der Reichsbewegung, wenn ich da die meisten bin, aber dann irgendwann zu ganz anderen Schlussfolgerungen und anderen Ergebnissen gekommen. Und diese Ergebnisse sind hier einfach mal so weggewischt worden. Wir wurden also in eine Kaste mit drin gesteckt, in den Kasten und untergebrutert. Und fühlen uns da also nicht unbedingt optimal repräsentiert, weil es ging halt am Thema vorbei. Und die Aussagen, die da getroffen worden sind, sind also nicht wirklich zielführend. Jo, vielleicht erstmal nochmal zur Definition. Ich spreche ja hier für die Einigung deutscher Souveräne. Die Einigung deutscher Souveräne ist ein Zusammenschluss von souveränen Menschen, die sich formal als Völkerrechtsobjekte definiert haben. Weil im Völkerrecht, weil es das so formal eigentlich gar nicht gibt, sondern nur von der grundsätzlichen Betrachtung her, ist das doch völlig in Ordnung, weil es ein grundsätzliches Recht, weil jedes Wesen hat, es sich in seiner Souveränität zu deklarieren und zu erklären. Es bedarf auch keiner Genehmigung von irgendwelchen externen Kompetenzen und so weiter. Das ist völlig relevant. Aber das wird natürlich nicht gerne gehört, so weit, weil externe Kompetenzen sind ja immer ein Einflussmittel. Und deswegen werden die in dem System natürlich hochgehalten. Gesetze, Völkerrecht, egal wie auch mal das gefühlt ist, wird immer gerne ins Feld geführt, um eine Legalität zu realisieren. Vielleicht sollten wir den Schirm doch mal langsam zumachen. Ja, bei dem Anschluss die Normenhörigkeit und so. Alle suchen ja immer nach externen Normen. Und das System liebt ja Normen, weil Normen natürlich immer Mittel und Zweck sind, um Sachen durchzusetzen oder Sachen glaubhaft zu machen, die in Wirklichkeit ja nicht glaubhaft sind. Ja, also wir sind als Einigung durch der souveräne Zusammenschluss von souveränen Menschen, die eigentlich viel weiter denken als in ideologischen Bahnen. Weil es geht ja hier um größere Sachen als nur um ideologische Betrachtung, ideologische Meinungen, politische Meinungen und so. Es geht hier um das Leben in seiner Grundkonzeption als freiheitlicher Konstrukt. Und das fällt natürlich in so einer Doku, wie die, die wir jetzt hier so ein bisschen kommentieren und aufhellen wollen, fällt das natürlich völlig unten durch. Der Zusammenschnitt war also rein politisch verfasst von dieser Doku. Suggestiv bis zum Gehtnichtmehr. Auch von den anderen Interviewten sind recht fragwürdige Ausschnitte zusammengestellt worden, die doch ein sehr subtiles Bild darstellen. Und wir als Einigung deutscher Souveräne sind zwar noch relativ neutral dargestellt worden, aber letztendlich auch ein bisschen verniedlicht und sehr harmlos in einer gewissen Art und Weise, so dass es jetzt schon fast wieder lächerlich ist. Und dass die Qualität unserer Arbeit überhaupt nicht mehr im Ansatz überhaupt zum Erscheinen kommt oder in Erscheinung tritt. Und deswegen ist es jetzt einfach mal notwendig, dass wir da was dazu darstellen. Und das machen wir jetzt mit diesem Video, um da ein bisschen Gegengewicht zu schaffen für diese reinen Propaganda-Doku. Ja, ich bin heute nicht alleine. Die Andrea ist, wie gesagt, mit dabei. Die kam ja in dieser Doku auch kurz zu Wort und wurde aber mit einer kurzen Aussage relativ kurz rausgeschnitten. Und deswegen würde ich Andrea ins Jahr noch mal bitten, vielleicht heute mal unzensiert und ungebremst durch Schnitttechnik einfach mal so ihre vollständige Sicht der Dinge zu sagen. Warum bist du souverän? Warum hast du dich auf den Weg gemacht? Und was motiviert dich wirklich, dich auf anderen Wegen zu bewegen als die Autonormalverbraucher? Ja, im Video hieß es, da ist eine Frau dabei und die ist auch Mutter. Ich finde das eine schöne Angelegenheit, aber ich bin ein Mensch. Und wir treten auch als Menschen auf und an. Viele Jahre im Laufrad funktionieren, mit Kindern, mit Familie, im Beruf. Dann kam die Wende. Plötzlich war die Frau nichts mehr wert. Gehe zurück an den Kochtopf. Hin und her, das Lebensspiel drauf und runter. Und zum Schluss war es einfach so. Ich musste feststellen, alleine komme ich nicht weiter. Ich bin auf die Suche gegangen nach Gruppen, habe da hingehört, habe da hingehört. Innerlich war alles aufgeweicht, weil nichts mehr richtig schien. Dieses, was soll ich tun? Es bleibt nur noch der Gang zum Arbeitsamt, wenn ich die Kinder durchbringen will. Und in der Doku wurde auch gefragt, die Frage wurde allerdings nicht laut gesagt, seid ihr alle arbeitslos? Ich fand das schlimm, weil wir sind nicht aus Spaß arbeitslos. Ich bin inzwischen in einem Alter, wo mich die Gesellschaft nicht mehr arbeiten lassen will. Ich könnte noch, wollen sie nicht. Ich will aber weitermachen. Und die ganzen Querelen, egal was es ist, ich bin immer an Ecken gestoßen und habe feststellen müssen, viele Sachen sind nicht richtig. Und warum sind die nicht richtig? Und wieso komme ich erst mit über 50 dahin, das zu erkennen? Und das hat im Gespräch gut geklappt. Und ich fühle mich bei der EDS wohl. Ich selbst bin souverän geworden und meine Ängste sind weg. Und viel davon ist die Arbeit von uns allen, weil wir sind eine Gemeinschaft, die auch zusammenhält. Und politisch kann ich nicht so viel sagen wie Thomas, weil ich bin so eher der emotionale Typ in der Gruppe, was sicherlich auch als Frau einfach so gegeben ist. Und wir stärken uns gegenseitig. Und jetzt kannst du ja wieder weiter. Danke, danke. Das war mal eine ungeschnittene Darstellung. Leider haben wir heute nicht alle hier zusammen, aber ist auch vielleicht erst mal nicht so ganz so wichtig. Für die Gegendarstellung müssen ja nicht alle, die in dem Video dabei waren, präsent sein. Vielleicht werden wir da auch Veriligenheit noch mal nachholen. Weil die Betrachtung von den Betroffenen, die also jetzt in der Doku zu Worte kamen oder zumindest zum Sehen waren, war ja teilweise unterschiedlich. Es geht aber um die grundsätzliche Frage, was soll der Schnee überhaupt mit dieser ganzen Pseudo-Doku, die ja keine Doku war, sondern eine Manipulationskiste. Und wir als Einigung Deutscher Souveräne, wir müssen uns halt einfach mal ein bisschen auch neutral darstellen können. Neutral, ohne dass jetzt gezielt nach bestimmten Kriterien irgendwas manipuliert wird. Ja, war ein bisschen abgelenkt, weil hier ein bisschen Hündchen rumhoffeln und so. Ich will jetzt mal einen Faden wieder aufnehmen. Okay, also die Einigung Deutscher Souveräne, hatte ich eben erwähnt, mal neutral darzustellen, jetzt unabhängig von diesen ganzen suggestiven Geschichten da aus dieser Doku. Wir haben ja an und für sich schon angefangen vorzulegen mit Überlegungen völkerrechtlicher Art oder grundsätzlicher Art, wo die anderen, die in einem Interview zum Tragen gekommen sind, noch gar nicht präsent waren. Das fällt ja so ein bisschen außen vor. Wir erscheinen ja so am Rande. Aber wenn ich mir die Protagonisten, die in dem Video zu Worte kommen, mal angucke, dann sind die alle erst später ins Rennen getreten. Mit welcher Begründung? Ich gehe davon aus, dass einige von denen mit Sicherheit als Kontrakarierung unseres Programms ins Rennen gestiegen sind, weil im Vorfeld zur Gründung der Einigung Deutscher Souveräne habe ich ja die völkerrechtliche Situation nochmal überarbeitet gehabt und habe nach Wegen gesucht, wie wir zumindest formal aus diesem System rauskommen und habe da einige grundsätzliche Arbeiten gemacht, wie zum Beispiel die Naturliche Föderation als völkerrechtliches Element etabliert und dann als nächsten Schritt die Einigung Deutscher Souveräne als Gruppe versucht zu bilden, die dann die Souveräne zusammenfasst. Und die anderen Protagonisten, die hier dargestellt werden, wie Frühwald und so, die sind ja alle erst viel später ins Rennen gegangen und haben ja teilweise sogar mit meinem Namen Werben Suchende, die draußen nach Lösungsmöglichkeiten gesucht haben für die Situation abgefangen und in die Irre gelängen. Das muss man ganz klar mal so sehen. Und interessant scheint aber auch zu sein, dass mir nochmal in Betrachtung eine Doku aufgefallen, zum Beispiel der Ausschnitt, wo ich da am Briefkasten die Adressschilder da vorlese, dass der Part, wo ich die Einigung Deutscher Souveräne darstelle, geschnitten worden ist. Also meine Selbstverwaltung wurde noch erwähnt als Völkerrechtssubjekt. Die Naturliche Föderation wurde auch noch erwähnt, aber die Einigung Deutscher Souveräne wurde dann einfach ausgeschnitten, die Erwähnung. Also man zeigt noch in dem Videoschnitt, dass ich mit der Handruf zeige, aber die Erklärung, weil das ist, ist dann weg. Also offensichtlich scheint die Begrifflichkeit Einigung Deutscher Souveräne für einige Leute ein Problem zu sein. Weil Souveränität, Deutsche, ist alles so eine Kombination, die will ja Kinder wirklich haben. Und die Grundfragen sind aber nicht zum Tragen gekommen. Weil wenn ich dann sehe, dass da eine Großaufnahme in der Doku drin ist von der Karte, die ich an der Wand habe mit dem Deutschen Reichstuf, weil der historisch einfach mal so begründet ist, wird das so herausgezogen, als wenn das was Besonderes ist. Natürlich völkerrechtlich ist das nicht unerheblich, aber das ist ja nicht der dräben Angelpunkt. Und in der Doku wurde dann auch plötzlich zusammengeschnitten, nur die Frage nach dem Deutschen Reich, wo ich dann natürlich sage, logischerweise ist das Deutsche Reich noch existent. Aber es wird dann nicht mehr weiter die Ausführung, die ich dazu gebracht habe, dargestellt, dass es sich um eine formale Situation handelt und dass de facto das Deutsche Reich natürlich tot ist. Weil ein Land, egal welcher Kult auch immer das sein mag, was kein Volk mehr hat, ist natürlich eine Karteileiche im völkerrechtlichen Sinne, also eine formale Leiche, die nicht zu beleben ist ohne weiteres. Weil was macht das Land aus? Das Land wird ausgemacht von denen, die tragen, von den Leuten. Und da kommen wir dann aber wieder runter auf die Kernfrage, warum sich Leute wie wir da rausnehmen aus dieser Situation. Und die kam in der Doku eben nicht zum Tragen, weil der Untertitel ist damit wirklich verfehlt. Der Untertitel ging ja genau darum, warum wenden sich Menschen vom Staat ab. Und dabei kommt in der Doku nicht mehr zum Tragen, dass es ja keinen Staat gibt, weil die Definition von Staat völkerrechtlich, ja erst 1933 in Montevideo, in Gänsefüße und völkerrechtlich vereinbart worden ist, also während eines laufenden Weltkrieges, der sich ja dieses Jahr zum 100. Mal jährt. Und es wird ja auch nicht erwähnt, dass die Bundesrepublik als Verwaltungskonstrukt der drei Mächte hier subsidär immer nur für die drei Mächte in Erscheinung getreten ist und wir damit sozusagen im Kriegszustand uns befindlich immer noch wiedererkannt haben. Und im Gegensatz zu den meisten anderen eben konsequent gesagt haben, okay, so kann es ja nicht gehen, das ist ja irgendwie nicht ganz in Ordnung. Weil die Verwaltung, die hier präsent ist, egal wie sie sich immer schimpft, in den einzelnen sogenannten Behörden, Ministerialeinrichtungen oder öffentliche Körperschaften, wie auch immer sie darstellen, sind alle nur Verwaltungseinheiten, die hier subsidiär für die Feinde, für unsere Feinde aktiv sind. Das hört sich für manche Ihnen sicherlich hart an, aber sämtliche Überprüfungen führen immer genau dahin. Man braucht uns das Grundgesetz zur Hand nehmen und dann findet man, dass das Grundgesetz ein Teil des Besatzungsstatutes ist und dass da kein Staat im eigentlichen Sinne, so wie die meiste fühlen, definiert ist, sondern halt nur ein Verwaltungskonstrukt, der hier die Besatzungssituation einfach in formale Grenzen bringt, so dass wir hier im Rahmen einer Täuschung gut funktionierend und wenig rebellierend ausgebeutet werden können. Und das sind grundsätzlich Fragen, die eigentlich in so einer Doku hätten gestellt werden müssen und die auch mehr gestellt worden sind während der Aufnahmen, die aber nicht mal im Ansatz in Erwähnung gebracht worden sind, weil viel zu brisant wahrscheinlich. Nein, es wurde genau das Gegenteil gebracht. Es wurde eine Reichskategorisierung etabliert in Verbindung mit den anderen Protagonisten, die da relativ klar zum Teil positioniert sind, ohne dass auch die genau hinterfragt worden sind. Ja, also das Reich als Völkerrechtssubjekt ist natürlich nicht vom Tisch, ist ganz klar, aber ganz realistisch muss man auch sehen, dass es eine Leiche bleibt, weil ohne Volk ist da halt nicht rauszureparieren. Also haben wir gesagt, wenn wir ein Völkerrechtssubjekt jemals wieder haben wollen oder haben können, dann muss es eben sein, was wieder neu wächst, was neu ersteht. Und mit meinem eigenen Volk, was aus einer Souveränität von unten nach oben entsteht, wird es die Zielrichtung der Einigung durch eine Souveräne. Und es geht hier nicht um irgendwelche politischen Betrachtungen, sondern um grundsätzliche Betrachtungen. Aber ich will hier noch ein paar Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, zu der Doku in Erwähnung bringen, weil diese Doku ja doch recht manipulativ ist. Diese Verbindung, die zu den Reichsbürgern, zu den sogenannten, dargestellt wird, ist natürlich eine plakative Geschichte. Da wird zum Beispiel der Staatsschutz in der Doku in Erwähnung gebracht, mit seinen Empfehlungen, wie mit Reichsbürgern umzugehen ist. Wobei der normale Betrachter erst mal dabei ja nicht bösartig vermutet, wahrscheinlich in seiner oberflächlichen Herangehensweise bei der Betrachtung seiner Doku. Aber letztendlich wird da genau eine Manipulation, die tiefgreifend ist, etabliert, in dem ein Zusammenhang dargestellt wird, zwischen einer bestimmten politischen Betrachtung und einer bestimmten Verfahrensweise. Also da werden zum Beispiel Gerichtsverzieher darauf eingeeicht, dem normalen Prozedere eben nicht zu folgen, wenn die zum Beispiel irgendjemanden fänden wollen und die setzen sich mit dem auseinander und der klärt diese Gerichtsverzieher über die rechtliche Situation, auf die ja eigentlich jeder überprüfen kann, der lesen kann, dann werden die darauf geeicht, das zu ignorieren. Wo ist da der demokratische Ansatz? Ich meine, wenn man eine ganze Berufsgruppe versucht zu impfen, zu imprägnieren, auf bestimmte rechtliche Fragen nicht zu antworten, dann ist das undemokratisch. Das ist Manipulation in Reinkultur. Wenn eine bestimmte Gruppe, die ja nicht gerade die kleinste ist, weil die sogenannte Reißbewegung ist mittlerweile relativ groß, durchaus ernsthafte Kriterien aufwirft und ernsthafte Kritikpunkte aufwirft und das auffundieren, dann wird die hier einfach vom Tisch herwischen, ideologisch. Und da werden, wie gesagt, in dem Fall, in der Doku war der hervorragend zu sehen, die Rechtsverzieher als Opfer dieser radikalen Kreise dargestellt, ohne zu belegen, dass die überhaupt radikal sind und ohne zu belegen, dass eben diese Berufsgruppe zum Beispiel selber ja keine hoheitliche Legitimation hat, weil sie haben nur den Glauben, es ist eine Sekte im Prinzip, genauso wie sämtliche Körperschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts alle genau genommen nur Sekten sind. Weil sie glauben nämlich nur bestimmte Sachen. Sie glauben, sie sind in Amtspositionen und wenn man sie dann nach einem Amtsausweis fragt, dann kommen sie klein und laut mit einem Dienstausweis raus und hinterfragen nicht mal ihre eigene Problematik, die ihnen eigentlich klar werden sollte. Weil sie müssten nämlich eigentlich selber fragen, ja, wie kommt denn, dass ich als Amtsperson nur einen Dienstausweis habe? Es gibt also ganz knallharte rechtliche Grundlagen für diese Situation, die hier einfach mal verniedlicht werden, überspielt werden und damit wird weiter nichts gemacht, als dieser Trickbetrug, der hier seit Jahrzehnten läuft, aufrechterhalten. Und das ist natürlich für die Leute, die so wie wir uns damit schon befasst haben, nicht tragbar. Und das sind die Hintergründe, die wirklichen Fundamente, warum sich Menschen, die das Erkennen von dem System abwenden, weil das System ist eigentlich der Gewaltmonopol-Träger. Das System stellt seine Handlanger, in dem Fall die Richtvorzieher, die nichts weiter tun, als Leute platt zu machen mit Gewalt zur Not gegen rechtliche Grundlagen, mittlerweile sogar privatrechtlich nur noch fundiert, weil die gesetzlichen Grundlagen sich massiv verändert haben, stellt die als Opfer dar und die eigentlichen Opfer, nämlich die geplünderten, die rechtswidrig sanktionierten, als Täter, das ist natürlich schon eine Offenkopfstellung der Wahrheiten und der wirklichen Situation. Weil in Wirklichkeit ist es hier so, dass die Organe der öffentlichen Hand die Gewalt ausüben, ohne Rücksicht auf rechtliche Grundlagen, ohne Stellung zu beziehen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Die sind so feige, dass sie teilweise nicht mal ihren Namen nennen, während sie ihre Straftat vollziehen. Und diese Punkte, die eigentlich in so eine Doku drin gehören würden, werden hier auf eine sehr merkwürdige Art und Weise dargestellt, ausschnittsweise, fragmentweise und so weiter. Da wird dann hier, in dem Fall hier der Herr Schwarzer, zum Beispiel der Herr Schwarzer, Daniel als Terrorist dargestellt, wo Sprengstoff brisch schlachtnahmend worden ist, ohne Beweis dafür zu kühlen, dass er wirklich Sprengstoff hatte. Da wird in einem vermeintlich laufenden Verfahren ein Staatsanwalt vor die Kamera zitiert und ein Richter. Die dürfen ja keine Aussagen in Verfahren machen, in laufenden Verfahren. Das ist alles rechtsstaatswidrig. Das heißt, die Doku belegt, das ist der Vorteil an dieser Doku, muss man auch mal so sehen. Sie sehen das also mit einem lachen und weinen Auge. Die Doku belegt natürlich auch die Rechtswidrigkeit des gesamten Systems. Im Grunde genommen hat sie ja durchaus einige Duffe gezeigt, aber man muss das erst mal erkennen, während man die Doku ansieht. Zum Beispiel dieser Rechtsvollzieher, der da als vermeintlichste Opfer referiert, dieser Herr Vorrat, der dramatisiert die Situation mit dem bösen Reichsdeutschen, vor dem man ja Angst haben muss, der reflektiert da nicht mal selber, dass er bloß eine Privatperson ist, der sich mit Amtsanmaßung und mit falscher und rechtswidriger Amtsunterstützung diverse Freiheiten rausnimmt und damit jede Art von Recht bricht, der auf den demokratischen Grundlagen mit allen Füßen nur rumtritt hier ein. Und so weit wird alles nicht thematisiert. Und das ist einfach nicht tragbar. Das ganze Thema voll verfehlt. Ich will noch ein paar andere Aspekte sagen, dann kommen so Ansagen hier, Gleichsetzungen, Neonazi-Szenen, so Schlagworte, die ja immer schön verrissen sind, die werden dann mit der DbHW in Verbindung gebracht und die wieder mit anderen Protagonisten, die hier gefilmt werden, wie diese Familie, das Familienunternehmen, was sich da einfach wert gegen diese Ernst und Willkürmaßnahmen und auch das Amt für Menschenrecht der Summeli wird in einer recht merkwürdigen Art und Weise dargestellt, jetzt unabhängig davon, wie er wirklich positioniert ist. Ich will da also jetzt keinen Ast brechen, für oder gegen den Gutsten, weil ich habe ihn schließlich mal über die rechtliche Lage aufgeklärt in diesem Land. Als ich ihn das erste Mal kennenlernt habe, vor vielen Jahren, hatte ich überhaupt keine Ahnung, ich habe mal hier wirklich läuft, wie die meisten einer Protagonisten auch, wie der Klaas zum Beispiel. Klaas ist ein sehr aggressiver Kandidat, der hier durchaus zwar einige interessante Sachen in der Doku darstellt, wie hier Infrastruktur abgebaut wird und so weiter, der aber natürlich auch hier in einer sehr fragwürdigen Art und Weise letterlich zusammengeschnitten dargestellt wird, schon fast ein bisschen lächerlich überzogen, überzeichnet, so dass der normale Betrachter erst mal sich auf diese Überzeichnung konzentriert und denkt, naja, was wird für eine Lachnummer, was da läuft. Also die ganze Sache ist von einer Machart sehr flatt, wenn man sich mal die Zeit nimmt, sie zu hinterfragen und wirklich mal ein bisschen kritisch die Schnitte zusammensieht. Also letztendlich, es gibt schnallharte Grundlagen, warum sich Menschen von diesem Pseudostaat abwenden, weil der Staat ist die Personifizierung des Bösen, will ich mal so sagen, weil der Staat hat keinerlei hoheitliche Legitimation, dieser BRD-Staat, der ist ein weißes Rang, dass er nicht mal wisst, wie er heißt, weil er firmiert ja immer noch in der Bundesrepublik Deutschland, muss man ja mal so sehen. Und wenn man Otto Normalverbraucher auf der Straße fragt, Otto Normalverbraucher denkt immer noch, er lebt in der Bundesrepublik Deutschland oder halt in Deutschland, die neue Machart, die seit 2005 offiziell propagiert wird über die Medien, weil die Bundesrepublik seit 2005 zusehend aus den Medien verschwunden und durch den Begriff Deutschland ausgetauscht worden ist. Wo der Begriff wieder herkommt, fragt aber auch keiner, weil im Schichtsbuch ist es nicht zu finden. Und rein historisch abgeleitet, kommt man dann auf merkwürdige Hintergründe, dass der Begriff Deutschland zum Beispiel von den Besatzungsmächten definiert worden ist als deutschereichende Grenzen von 37, was auch immer das heißen mag. Und dass das immer noch gesetzlich fixiert ist, weil der Besatzungszustand eben nie aufgehoben worden ist. Wir haben keinen Friedensvertrag, selbst wenn unser Rollstuhl-Terrorist Schäuble hemmungslos zugibt, dass das Völkerrecht obsolet ist und dass wir seit dem Mai 45 zu diesem Zeitpunkt völlig nicht souverän machen, wird ignoriert. Die Auflösung der Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 wird ignoriert und alle tun so, als wenn alles beim Alten ist. Wir haben hier ganz massive Mängel im rechtlichen Aufbau, in der staatlichen Konstruktion. Wir haben hier eine private Konzeption. Die Organe sind in der Regel in den interassionalen Vögelregistern eingetragen. Also die Grundlagen ohne Ende, die für diese Doku hätten wirklich Substanz liefern können. Was kommt aber bei so einer Doku raus? Eine emotionale Weichzeichnung, der ideologische Propaganda-Werk, mag es Schwarzer Kanal, was anderes war es nicht. Muss ich sagen, bin ich von der Firma RIA mächtig enttäuscht und will auch, dass die das zur Kenntnis nehmen, dass wir uns gutgläubig haben da verarschen lassen, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung für die harte Auszeichnung, oder harte B-Zeichnung, aber sich einschleimen unter der Vorspiegelung oder unter dieser vorgespiegelten Heuchelei. Sie sind ernsthaft an dem Thema interessiert und denn so eine platte Abschlachtarbeit zu liefern, ist eigentlich das Haus für so ein Unternehmen und eine klare Zuordnung, dass es sich hier um einen Systemauftrag handelt, wo ich doch ein bisschen sehr menschlich enttäuscht bin, weil doch mit einer ziemlich schleimigen Art und Weise hier Vertrauen erweckt worden ist und wir hätten daraus im Vorfeld sicherlich einige lernen sollen und so machen sollen, wie die anderen gegen Kamera beibringen und die Gegendarstellung filmen, dass man also auch beweisen kann, wir werden halt ein bisschen naiv wird und es auch mit Sicherheit nicht mehr passieren in Zukunft, wir werden also ein bisschen realistischer sein. Aber das zeigt natürlich ein Bild auf, was hier in dieser Pseudorepublik läuft, was echt nicht nur eine Lachnummer einerseits ist, sondern für viele auch ein Drama, ein Drama, was von denen, die immer noch irgendwo in relativ sauberes Fahrwasser rumschwimmen, weitgehend ignoriert wird. Jo, ich weiß noch mal dazu noch sagen, ich könnte da stundenlang drüber referieren, über die wirklichen Grundlagen, aber Quintessenz ist eine Dokumentation, die so wie diese Dokumentation eben keine Dokumentation ist, sondern eine Antidokumentation, die nur in einigen Aspekten ein paar Sachen anreißt, die aber dem normalen Betrachter erst mal durch die Lappen gehen, weil er zu unkritisch ist, ist einfach mal eine Unmöglichkeit und führt letztendlich Beweis, warum Leute aussteigen aus dem System, führt Beweis, dass das System durch und durch krank, verlogen, korrupt, kriminell ist, weil eine Medienlandschaft, die so einen Dreck produziert, ganz klar auf Deutsch gesagt, ist genauso repräsentativ für das System und das System ist menschenverachtend und einfach geisteskrank. Eine Glaubensgemeinschaft, eine Sekte, eine große, die ihr Hirn offensichtlich ausschalten, aus Angst zum Teil, zum Teil aus vordergründigen Schein-Schein-Profiten, um sich den Gegebenheiten nicht stellen zu müssen. Das heißt, viele gehen einfach nur einen bequemen Weg und das wird aber so lange nur gehen, bis der Grunde dann irgendwann erreicht ist und der Grub bricht und davor haben sie halt alle Angst, das System konfrontiert, das zwar schon langsam, dass das hochkocht, und versucht das durch so eine Dokumentation abzuwiegeln, in bestimmte Färbung zu bringen, lächerlich zu machen, zu traumatisieren, indem das hier eine terroristische Gewaltsituation ist, dabei die Gewalt hier nur vom System aus. Das System hat keinerlei wirklich Funktionen wie Rechtsgrundlagen, sondern agiert nur noch mit Gewalt. Hier wird jeder, der nicht bei drei Frauen Bäume ist, beraubt nach Strich und Faden, nach jeder Gelegenheit, Körperverletzung bis zum Tod hin, ist hier ein völlig normales System geduldet. Und das sind die knallharten Grundlagen, die in so eine Dokumentation gehören würden. Und ja, vielmehr kann man dazu nicht mehr sagen, sonst reg ich mich so oft, dass das nicht mehr zu fassen ist. Also ich denke mal, damit ist dieser Pseudodokumentation ein ordentliches Gegengewicht entgegengestellt. Und dabei wollen wir doch bewenden lassen. Ich kann nur noch darauf appellieren, oder daran appellieren, an das, was viele schon ja nicht mehr kennen, das ist das, was Andreas Klaus immer so schön sagt, obwohl er nicht mehr mit mir befreundet ist, der GMV, der gesunde Menschenverstand, der seinen gesunden Menschenverstand bemühen würde, der würde ja nicht schnell wach werden und müsste dabei zwar ein paar Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen, aber wenn wir das hier noch machen würden, dann könnten wir schon längst in einer vernünftigen Situation sein. Und ich kann nur dazu aufrufen, hört auf zu glauben, sondern fangt an zu wissen. Und Wissen ist einfach nicht zu toppen, das ist die große Gefahr für das System, und da muss selbst die Wahl irgendwann mal einknicken. Und diese Bequemlichkeit, die hier läuft, ist also nicht mehr ertragbar auf Dauer. Jo, ich denke mal, damit haben wir das sauber zum Ende gebracht. Für diesmal wird es sicherlich noch andere Produktionen geben, aber ich hoffe, die Botschaft ist angekommen und kommt auch weiterhin an. Die Systemmedien können ruhig aufhören, uns zu verarschen. Wir brauchen bitte mehr, wenn wir uns längst durchschauen, denn die meisten schauen sich den Dreck sowieso nicht mehr an, der aus den Ecken kommt. Und tschüss. Vielen Dank für die Zuhörer.